Hallo Leute und Willkommen zurück zu einem weiteren Part von GTA San Andreas. Ja, ich wollte was zu meinem... Oh, okay, erst mal. Ein Anruf. Ja, und zwar wollte ich was zu meinem, ähm, MW2 Let's Play sagen. Und zwar ist das, ähm, pausiert, bis ich also jetzt, ähm, GTS San Andreas durch habe. Und dann mache ich halt das, ähm, MW2 Let's Play. Aber erst mal die Mission von Catalina. Made in Heaven. Okay? Asshole! Damn, what do I do now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. Now, no more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean you breaking my mind. I'm hurting you, I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! I still go to that, like a woman reborn. Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not outside me. Oh, well, that's a relief to hear. Perhaps this time no coward motherfuckers will get her away. Amen to that. Come on, pride. What's wrong? Nothing, I just hate men. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue, you're being eaten. Well, that's one way of looking at that shit, I suppose. Now, try to be a fan. Someone's gonna be mad at you for screwing up their robber. No, I believe she has their days. Against all lords. So, go inside Trek Red Bureau. Open the bathroom door or I blow your fucking face off. Leave the panic button or I'll kill your children too. I warned you, you stupid bitch. Stupid fucking bitch. Now I kill you. Eat my shit. Okay. Go, get in there and open the safe. Stop blaming the false and hurry up. Okay, I wanted to say, why is he not going to do that? And luckily, that's also the last mission of Catalina. Oh, four stars. So, let's go to Paint Spray. I kill all of you police officers. Oh, no, 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 no. Nein, 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 bitte nicht drehen. Ach, du Scheiße. Komm schon. Ach, du Kacke. Ey, kommt doch. Mann, nein. Alter, was geht denn mit dem Bullen ab, ey? Mann Driften im GTA San Andreas ist richtig scheiße Er macht die Karin 360 Grad, äh, er hat 360 Grad Drehung Oh nein, 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 nein Oh scheiße Oh nein Oh ja, sicher, Junge Übertreib, ja klar Was? Was? Nein Was? Oh, was weiß ich jetzt einfach mache? Neue Spiel, Spielladen Ich lade das jetzt einfach neu So Da sind wir wieder So Maid in heaven Oder sprengen wir. Ja komm. Kennen wir alles schon. Können wir das auch überspringen? Oh man komm schon. Geht doch. Wir haben glaube ich ein bisschen Standard bekommen. So. Ach komm doch schon ey wie behindert sind die denn? Manchmal könnte ich GTA rumbringen oder sowas. Weiß ich jetzt kommen wir auch noch. Mann. Alter hätte der mich jetzt ins Wasser gestoßen ne? Wäre ich Amok gelaufen. Ach nein. So und jetzt bitte überschlag dich hier nicht. So. Geht doch. Mann ist das ne behinderte Mission. Zeug. Geht doch. Ich bin nicht mehr. Aber ich muss mich verdient. Ich mache meine Hautzeichen. Ich bin nicht verrückt über dich. Das ist es. Wie viele wissen wir. So. Don't talk. Let's enjoy the peace and quiet. So. Okay, dann hätten wir die Mission für Katarina abgeschlossen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Caesar und tschüss.